Der offene Stickfuß Nr. 20 sieht dem Stickfuß Nr. 6 ähnlich, außer dass er über eine breite Aussparung verfügt und damit optimale Sicht auf den Stichbereich und die Nadel gewährt. Nähfuß Nr. 20 ist für Bernina-Modelle mit einer Stichbreite von bis zu 5,5 mm und Nr. 20C für Modelle mit einer Stichbreite bis zu 9 mm geeignet. Aufgrund der breiten Fadenfreistellung an der Fussunterseite kann der Nähfuß problemlos über dichte Stichformationen und kompakte Stichmuster gleiten. Die grosse Aussparung an der Fussvorderseite ermöglicht eine direkte Sicht auf den Stichvorgang.